Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Valentin. Ich bin der Vitali. Wir sind beide die Mitgründer oder Gründer jeweils von Compagnon. Und heute haben wir uns hier eine ganz besonders tolle Ecke hier ausgesucht über den Dächern von Pforzheim am Wartberg oder am Wartturm. Auf dem Wartberg, so rum. Und wir werden euch heute ein Produkt vorstellen, oder unser Produkt vorstellen, und zwar den Element Sling 15. Genau. Ist eines der Produkte aus der Element Linie und da gehen wir jetzt in die Details. Seit letztem Sommer haben wir die Element Linie bei uns im Sortiment. Immer wieder möchten die Leute wissen, was es mit bestimmten Features auf sich hat. Wir haben uns Mühe schon auf der Webseite gegeben, möchten aber in diesem Video euch auch einfach nochmal zeigen, im Detail, wie die einzelnen Features in Bewegung dann auch funktionieren. Genau. Im Endeffekt geht es darum, dass unklare Fragen geklärt werden, wenn ihr Interesse an dem Produkt habt, an dem Sling, wie der funktioniert, was die einzelnen Features sind und hoffen wir, dass nach dem Video keine Fragen mehr offen sind. Wir fangen am besten mit dem Material an, aus was der Sling 15 gemacht ist bzw. aus was auch die ganze Element Linie gemacht ist. Wir haben in der ganzen Linie gleiche Materialien verwendet, gleiche Verschlüsse und ja, was wir praktisch zu den äußeren Merkmalen sagen, zählt für alle Produkte der Element Linie. Ja, was kann man dazu sagen? Wir haben, das Außenmaterial ist ein X-Pack-Material. Das ist ein dreifach laminiertes Material, was aus dem Segelsport kommt. Daher auch, wer unsere anderen Produkte kennt, die Segeltuch-Rucksäcke und daher kam auch die Idee, Segeltuch der neuen, modernen Variante sozusagen für die Element Linie zu verwenden. Genau, Vitali hat jetzt einiges zum X-Pack gesagt. X-Pack ist wahrscheinlich auch so im technischen Bereich mitunter das hochwertigste, schrägstrich auch teuerste Material, das man verwenden kann. Aber auch da haben wir einfach gesagt, wir wollen maximale Qualität haben und maximale Funktion natürlich auch. Machen wir direkt mit den Reißverschlüssen weiter. Da haben wir auf die Aqua Guard Zipper von YKK zurückgegriffen. Wer sich bis mit Reißverschlüssen schon mal beschäftigt hat, weiß, dass das so ziemlich auch das Maximale ist, was man da so verwenden kann. Die Reißverschlüsse sind getaped und dadurch auch wasserabweisend. In den letzten paar Jahren haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Verschlüssen der Firma Fitlock gemacht. Fitlock ist eine deutsche Firma, ein deutscher Partner von uns, die im Bereich Verschlüsse, magnetische Verschlüsse, da wirklich Innovation auch jährlich rausbringen, sage ich mal. Und da haben wir einfach auch uns für einen entschieden, der sehr gut funktioniert mit einer Hand, funktioniert auch sehr gut mit einem Handschuh. Das heißt, ich muss nicht meinen Handschuh ausziehen, um die Tasche zu öffnen oder um das Rolltop zu öffnen. Wir haben ein gepolstertes Rückenteil. Also, dass es jetzt auch nicht unbedingt gar nun gäbe, dass man bei Umhängetaschen das Rückenteil so polstert. Aber wir haben gesagt, okay, wenn man hier ein paar Kilo reinlädt, dann soll das auch nicht auf dem Rücken so drücken. Soll sehr bequem sein. Und im Endeffekt ist das an dem Sling auch, man kann fast sagen, ein Rückenteil, das man von dem Rucksack gewohnt ist. Also, sehr gut gepolstert. Man sieht hier auch die Größe von dem Schulterpolster, was immer fest auf einer Position ist. Das ist fest vernäht. Das sollte immer so schräg über die Schulter hängen. Und hier das Rückenteil, was hier sehr gut gepolstert ist und sehr weich ist. Hier sieht man auch schon mal sehr gut nochmal den Tragegriff auch. Genau. Also, der Tragegriff ist breit genug, damit man die Sling 15 Tasche auch gut auf einen Rollkoffer oder auf einen Trolley draufstecken kann. Also, es ist nicht nur ein Tragegriff, sondern auch eine Fixierung für einen Trolley. Bei der Konzeption vom Sling 15 haben wir uns auch immer gesagt, wir wollen nicht einfach nur eine schöne, stylische Tasche machen, die irgendwie auf dem Fahrrad gut aussieht, die wie ein Bike-Messenger ausschaut, sondern es soll auch auf jeden Fall eine vollwertige Kameratasche sein. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass ich hier einen Seitenschnellzugriff habe, wo ich einfach direkt an mein Equipment komme. Hier ist jetzt ein Polster recht weit vorne, aber das Polster, da kommen wir gleich noch dazu, kann ich auch beliebig im Innenraum auch verändern und woanders auch positionieren und kann hier wirklich auch eine große Kamera, eine Vollformat-Kamera mit einem entsprechend größeren Objektiv auch gut von der Seite schnell raus- und reinpacken. Ja, vielleicht, man sieht hier auch, dass hier die Tasche abnehmbar ist, da kommen wir später auch noch dazu, wenn ihr euch vielleicht fragt. Man kann die hier dran machen, man muss es nicht natürlich, man kann es überall in der Tasche drin auch positionieren. Kommen wir zum Schultergurt. Ein Sling per Definition ist eine Tasche, die schräg über die Schulter getragen wird und da haben wir hier unseren sehr gut gepolsterten Schultergurt, der auf beiden Seiten getragen werden kann. Also wenn du lieber auf der einen oder auf der anderen Seite den Gurt trägst, das kannst du dir dann einstellen. Das will ich dir kurz zeigen, wie das funktioniert. Und zwar, wir haben... Vielleicht, wenn ich kurz reingehe. Ja, klar. Jeder Mensch ist da unterschiedlich. Der eine trägt gerne Taschen oder hat gerne das Gewicht auf der linken Seite, der andere auf der rechten Seite. Genau. Wir kriegen auch ab und zu Anfragen, wieso habt ihr es jetzt auf diese Seite oder wieso habt ihr es auf der anderen Seite. Es ist wirklich so, dass man fragt den einen, der sagt, ja, ich habe es lieber hier. Also man kann es nicht allen recht machen und deshalb haben wir gesagt, okay, wir werden die Möglichkeit geben, es auf beiden Schultern zu tragen im Endeffekt. Und da haben wir hier ein Klett, den man hier dann so öffnet und rausholt. Und auf dieser Seite dann genau das Gleiche. Genau. So. Und dann kann ich praktisch den ganzen Gurt so rum wieder rein machen. Also quasi in 180 Grad drehen. Dann ist zwar das Compagnol-Logo auf dem Kopf, aber dafür ist es nur für die anderen Leute auf dem Kopf. Für einen selber, wenn man runterschaut, sieht es dann richtig aus. Genau. Also im Endeffekt hat man so die Möglichkeit, den Schultergurt auf beide Seiten anzupassen, wie es einem einfach lieber ist. Wir haben hier auch noch eine Schlaufe. Da kann man sich auch vielleicht fragen, was ist das? Hier haben wir die Möglichkeit, Add-ons mit ranzuglätten. Wir haben eine Pouch zum Beispiel, die hier dran geht oder auch verschiedene andere Taschen auf dem Markt, die irgendwie an Schultergurte befestigt werden können. Hier unsere Pouch zum Beispiel mit anbringen können. Die ist jetzt gefüllt mit verschiedensten Utensilien, sagen wir mal. Und die hat hinten Loops und da könnte man jetzt auch die Pouch mit dran bauen. Die Pouch haben wir extra so auch konstruiert, dass sie hier mit an den Gurt dran geht. Was die Pouch sonst noch so alles kann, zeigen wir euch in diesem Video oder in diesem Video. Einfach weiterklicken gleich. Ja, so. Recht easy auch wieder abzumachen. Was auch standardmäßig mit dabei ist, ist dieser Hüftgurt, den man hier auch abmachen kann, aber auch wieder dran machen kann. Wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, dann möchte ich nicht, dass der Sling auf meinem Rücken hin und her rutscht oder irgendwie nach vorne rutscht und irgendwie vor meinem Bauch hängt oder so. Sondern ich möchte den ja fixiert haben auf meinem Rücken. Und dafür ist dieser Hüftgurt da. Einfach zumachen und dann geht er auch nicht mehr weg. Ja. Wir haben uns da auch was dabei gedacht, wieso es zwei sind. Wir haben die Möglichkeit, so wie der Valentin es gerade hatte, vorne am Bauch zusammen zu machen. Wenn man die Tasche eher weiter unten am Rücken trägt und eher waagerecht, sage ich mal. Die andere Möglichkeit ist, ihn schräg. Dann muss ich das aber tauschen. Genau. Okay, ich zeige kurz, wie man das tauscht. Hier habe ich diese Ösen, die mache ich einfach jetzt mal, da mache ich die Haken raus. So, dann den brauche ich. Den hier lege ich jetzt zur Seite, ganz, ganz wichtig. Kleiner Tipp, den würde ich direkt in der Tasche lassen, also in die Vordertasche zum Beispiel verpacken. Und dann kann ich das hier unter meiner linken Achsel oder je nachdem, wenn ich den Schultergurt links und rechts getauscht habe, dann natürlich läuft es dann in den Spiegel verkehrt und habe den jetzt hier unter der Achsel und habe das genauso gut fixiert. Ich habe hier jetzt quasi kein Band, habe es dann hier unter der Achsel, ist einfach so ein bisschen Geschmackssache. Richtig, es ist eine Geschmackssache, ob jemand den Sling eher weiter unten am Rücken trägt oder eher so richtig klassisch schräg übers Kreuz. Dann eher den einen Gurt, wenn man es eher weiter unten so ein bisschen rucksackmäßig, sage ich mal, trägt, dann macht man es eher am Bauch rum und ja, oder man mag es halt gar nicht, dann nutzt man die auch nicht. Aber es ist schon sehr empfehlenswert, wenn man irgendwie in Bewegung ist, Fahrrad fahren oder vielleicht schneller läuft sogar, dass man dann einen dieser Fixiergurte nutzt. Dadurch, dass wir Kunden mit verschiedensten Körpergrößen haben, aber natürlich nicht für jede Körpergröße einen unterschiedlichen Schultergurt anbieten können, sagen wir einfach, okay, der Schultergurt ist verstellbar. Damit überschüssige Bänder aber nicht locker rumbaumeln, haben wir hier sogenannte Klettgerasen, die man hier dann fixieren kann. Wenn ich meinen Rolltopf voll packe, dann brauche ich hier diese Gurtlänge, damit ich es immer noch zu bekommen kann. Genau. Man kann hier kurz auch sehen, wie lang der Gurt ist. Es ist auch so ein Autogurt, typischer Autogurt, den ihr kennt, auch eine gute Qualität natürlich. Und der ist so lang, es macht auch wirklich Sinn, den dann zusammenzurollen, wenn man nicht die komplette Länge ausnutzt. Also nicht abschneiden. Noch ein Feature an der Tasche, was Sie vielleicht von vielen anderen Umhängetaschen, Slingtaschen unterscheidet, ist der Rolltop. Und zwar haben wir sehr viel gute Erfahrungen mit unseren Rucksäcken gesammelt, die einen Rolltop haben. Der Sinn dahinter ist oft, dass wir im Hauptfach das Fotoequipment transportieren und im Rolltop eher zusätzliches, entweder Equipment oder Klamotten oder eine Brotbox oder sonst was, was ihr mitnehmen wollt. Ich zeige das euch mal. Wir haben hier den Fitlock, den wir ja schon gezeigt haben. Wir haben hier oben einen Klettverschluss mit einem steifen Plastikteil vernäht, sozusagen, dass es auch fest zusammengerollt werden kann. Wenn es nicht genutzt werden kann, dann ist er so klein. Oder wir können bis zu dieser Höhe komplett das Volumen hier ausnutzen. Vielleicht fragt ihr euch, für was diese Klettstreifen hier innen drin sind. Wir nennen das Silent-Modus. Und zwar kann man die Klettstreifen so übereinander machen. Dann haben wir den Verschluss nicht fest zu, sondern können den einfach so zusammenrollen und auseinanderrollen und sind sofort dran. Also entweder man will es komplett verschlossen haben oder halt den leisen Silent-Modus. Und dann kommt man direkt dran. Bei diesem Feature kriegen wir auch immer wieder ein sehr gutes Feedback. Das ist so ein Geheimfach. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein kleines Geheimfach ist, weil hier einiges hineinpasst. Aber das ist quasi hier im Rolltop eine eingelassene Tasche, die mit einem Reißverschluss abschließbar ist. Hier kann ich dann Wertsachen reinpacken, Papiere, was auch immer. Und man kommt von außen nicht einfach so dran. Beziehungsweise würde ich es auf jeden Fall spüren, wenn da jemand an meinem Rolltop rummacht. Was die Slink 15 zu einer echten Fototasche macht, sind letztendlich die Details. Und hier an der Unterseite haben wir auch nochmal so ein sehr praktisches Merkmal, sag ich mal, das jeder Fotograf braucht, der mit einem Stativ unterwegs ist. Weil wenn du so eine Tasche hast und in der Stadt unterwegs bist oder auch am Berg oder irgendwo halt draußen, dann ist immer die Frage, wohin mit dem Stativ. Und hier haben wir zwei Klickverschlüsse, die auch in der Länge verstellbar sind. Und hier kann ich auch auf jeden Fall ein anständiges Fotostativ auch anbringen. Wichtig auch hier ist, die Oberfläche hier von diesem Band, das ist nicht das gleiche Material, wie wir sonst verwenden. Also es ist kein glattes Material, sondern es hat so eine Gummierung drauf. Das bedeutet, wenn hier ein Stativ angebracht ist, dann rutscht das Stativ nicht links und rechts hin und her, sondern es ist gut fixiert. Also nicht nur durch den Druck fixiert, sondern auch durch die Oberfläche von diesem Band. Was man auch noch erwähnen kann, wir haben hier unten so einen kleinen Loop. Vielleicht fragt man sich, was ist das? Hier kann zum Beispiel ein Fahrradlicht dran gemacht werden. Wenn ihr unterwegs seid, öfters an Stellen, wo man gut beleuchtet werden sollte, dann könnt ihr auch hier nochmal ein Licht mit dran bauen. Oder einfach, wenn man nachts mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann ist es natürlich wichtig, dass das Fahrrad natürlich gut ausgestattet ist mit Licht. Ein Feature, was wir noch haben, ist hier unten versteckt, kann man sagen. Also praktisch zwischen dem X-Pack und dem versteiften Boden haben wir so eine kleine Tasche und hier haben wir unser Regen-Cape mit dabei. Genau, das packe ich jetzt auch gar nicht groß aus. Das ist praktisch das Regen-Cape für den Sling, passend zur Größe. Genau, das könnt ihr immer auch da unten schön verstauen. Das Regen-Cover passt auch, wenn im Rolltop was drin ist. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also das heißt, selbst wenn ihr die Form verändert habt, weil einfach mehr Zeug auch oben drin ist, dann wird das Regen-Cover trotzdem passen. Und auch ein wichtiger Punkt, das Regen-Cover ist nicht fest mit der Tasche verbunden. Das heißt, wenn es dann mal nass ist, könnt ihr es einfach zum Trocknen rauslegen und könnt die Tasche trotzdem weiter nutzen. Also es ist nicht miteinander fixiert. Beim Sling 15 finde ich persönlich hier diese großen Außentaschen hier vorne mega. Also hier passt unfassbar viel Zeug rein. Das ist eigentlich eine eigene Tasche für sich sozusagen. Also es ist nicht nur eine aufgesetzte Fronttasche, sondern hier ist so viel Volumen drin mit verschiedenen Reißverschlüssen, mit verschiedenen Netzfächern. Hier kann ich mein Handy, hier kann ich eine Powerbank, hier kann ich meinen Autoschlüssel, hier kann ich alles Mögliche reinpacken, was ich so mit mir rumschleppe. Und habe es natürlich auch dadurch gut gesichert. Und hier oben, das ist so die direkte Verknüpfung eigentlich. Hier haben wir dann auch nochmal so ein Klettfach mit einem kleinen Karabiner, wo ich hier meinen Schlüssel oder ähnliches dranhängen kann. Und hier kann ich auch richtig tief reingreifen. Was man auch mit dem Karabiner machen kann, ich zeige es euch vielleicht kurz, man könnte auch diese Tasche sichern. Wenn wir den Karabiner hier einhängen, zumachen, dann sieht das jetzt keiner. Und ich kriege die hier nicht sofort auf. Da merke ich sofort, ah, nicht so feste. Genau, da kommt jetzt niemand so schnell ran. Beziehungsweise, wenn da jemand rummacht, dann merkt man es auf jeden Fall. Gut, dann haben wir jetzt von außen so ziemlich alle Punkte durch oder die offenen Fragen, die uns so gestellt werden. Jetzt kommen wir zum Innenleben, was ja auch die Tasche im Endeffekt ausmacht als Fototasche. Ich habe mir eben auch ganz bewusst den Sling 15 auch schon um die Schulter gehängt, weil, um die Tasche gut öffnen zu können, muss ich sie nicht absetzen. Das bedeutet, ich habe sie jetzt hier aufgesetzt auf der Schulter, kann sie ganz entspannt aufmachen. Das Rolltopf klappt nach vorne, also nicht nach hinten. Ich muss das jetzt nicht irgendwie komisch hier reinfrieben, sondern es klappt nach vorne weg. Und man sieht dann hier einfach direkt gut hinein. Ja, was noch zu erwähnen ist, wenn ich das so wie der Valentin hier aufgeklappt habe, komme ich super an den Rolltop von innen ran. Wir können praktisch mit diesem Reißverschluss in den Rolltop auch hineingreifen. Wenn ich hier jetzt irgendwelche Sachen im Rolltop drin habe, kann ich von beiden Seiten, ich kann von oben, wenn die Tasche komplett zu ist, ran. Oder von innen, wenn sie offen ist, kann ich den Reißverschluss hier öffnen und hier auch rein. Man könnte auch theoretisch den Rolltop aufmachen und durch diesen Reißverschluss in das Hauptfach durchgreifen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Praktischste, aber es ist möglich. Die Frage haben wir auch manchmal. Genau, das bedeutet aber auch jetzt, wenn man das weiterdenkt, angenommen, ich habe jetzt hier die Reißverschlüsse zu, mache den Zwischenboden auf, mache die Polsterung hier komplett weg, also nutze die Tasche nicht als Kameratasche, sondern als Transporttasche, dann habe ich hier ein unfassbar großes Volumen und kann hier wirklich einen großen Karton oder ähnliches Zeug reinpacken. Wieso heißt der Sling 15 Sling 15? Wir sind da sehr innovativ, muss man sagen. Das kommt von der Laptop-Größe und zwar passt hier ein 15 Zoll Notebook rein. Ihr habt hier praktisch das Notebook-Fach, das sehr gut gepolstert ist von allen Seiten und ja, also 15 Zoll passt rein. Wer Companion kennt, kennt auch unser Polstersystem. Und zwar haben wir uns von Anfang an dafür entschieden, dass der Nutzer, der Fotograf, der Filmemacher die Polster komplett individuell selber einteilen kann. Das heißt, jedes dieser Polster hier drinnen kann ich komplett rausnehmen, kann es an jede beliebige Stelle auch hinpacken, wo ich möchte. Und wie man hier auch sieht, also es gibt hier auf jeden Fall sehr, sehr viele Polster. Das heißt, ich habe hier genug Platz für theoretisch zwei Kamerabodys und wahrscheinlich noch je nach Größe drei, vier größere Objektive und noch Zubehör natürlich. Ich habe jetzt hier mal ein Polster rausgeklettert, damit man es mal ein bisschen zeigen kann. Wir haben zwei so große Knickpolster, die in beide Richtungen geknickt werden können, mit hier noch einer eingenähten Netztasche für Kleinigkeiten. Und das kann man sich praktisch so einteilen, wie man es braucht, für jede Kamera eigentlich passend. Wenn ihr aufmerksam zugeschaut habt, habt ihr ja vorhin gesehen, dass in der Tasche vom Schnellzugriff, also hier an der Innenseite, so ein ähnliches Fach, so eine Halterung dran geklettert hat. Wir haben genau zwei davon in der Tasche mit dabei. Ich hole mal beide raus. Einmal eine Reißverschlusstasche, wo ich Objektivdeckel, Filter, Taschentücher oder Putztücher, besser gesagt, reinpacken kann. Und auf der anderen Seite habe ich hier eine Speicherkartenhalterung. Ich weiß selbst, mittlerweile sind die Speicherkarten sehr groß, aber trotzdem hat man häufig ein paar mehr mit dabei. Und genau, hat die dann einfach sicher verstaut, hier mit diesen Gummibändern. Als wir 2013 Compagnon gegründet haben, da sind wir tatsächlich durch die Republik gefahren, hier in Deutschland und haben uns Produktionsstätten angeschaut, haben mit verschiedenen Herstellern gesprochen und haben auch am Anfang tatsächlich die ersten Taschen in Deutschland produzieren lassen. Unser Standardsortiment lassen wir immer noch in Europa fertigen, in Polen, um genau zu sein, also in der Nähe von Krakau. Vitali ist regelmäßig dort. Ich bin auch ab und zu mal dort. Und hier haben wir aber ja keine Ledertasche, hier haben wir auch kein Canvas. Also das ist jetzt ein technisches Material. Und es ist nun mal so, dass in Europa es so gut wie gar nicht mehr möglich ist, Produzenten zu finden, die mit solchen Materialien umgehen können. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, das dann halt auch nicht in Europa fertigen zu lassen. Sind nach Vietnam geflogen. Vitali war zweimal dort. Ich war auch einmal mit dabei. Und haben uns einen Top-Hersteller gesucht und auch gefunden, der auch unter anderem für Patagonia, für Neurona auch produziert. Und wir wollen eine gute Qualität haben mit vernünftigen Arbeitsbedingungen, mit einem fairen Austausch, auch mit den Arbeitern, mit den Kollegen vor Ort. Der Valentin schon gesagt hat, ich war dort, wir waren zusammen da. Und wir haben uns auch verschiedenste Hersteller angeguckt, wo auch wirklich namhafte andere Firmen produzieren. Aber ich muss sagen, wirklich die Firma, für die wir uns entschieden haben, war so das ganze Rundumpaket war einfach am besten. Die Produktionsbedingungen für die Mitarbeiter, das war uns wichtig, lag am Herzen, dass es den Leuten auch gut geht, die für uns arbeiten. Und das haben wir mit diesem Hersteller gefunden und sind auch echt happy mit der Zusammenarbeit bis jetzt. Wir hoffen, du hattest Spaß hier beim Anschauen in den letzten paar Minuten. Es sind wahrscheinlich ein paar Minuten mehr geworden, als wir auch ursprünglich geplant haben. Es ist halt einfach eine hochfunktionale Tasche mit sehr, sehr vielen coolen Features, die auf den ersten Blick nicht unbedingt erkennbar sind. Und deswegen muss man sich einfach auch die Zeit nehmen und sich das einfach auch erklären lassen. Dankeschön, dass du reingeschaut hast. Ja, danke für dein Interesse in der Tasche und ich hoffe, dir hat es gefallen. Und schau dir unbedingt auch die anderen Videos an von den anderen Element Produkten, also vom Element Pouch, Backpack und vom Sling 11. Viel Spaß noch. Viel Spaß. Like, subscribe, subscribe und abonnieren. Nicht vergessen.